Der VfB Stuttgart schreitet gnadenlos auf die Champions League im nächsten Jahr zu. Die Hoffenheimer haben jetzt die Gewalt der Stuttgarter zu spüren bekommen. 3 zu 0 aus dem eigenen Stadion gefickt. Super, super Spiel der Stuttgarter. Wir schauen uns ganz kurz die Analyse und die Noten an. Mein Shoutout geht raus an Joshua. Vielen Dank für die Noten. Falls ihr das Spiel komplett gesehen habt, Sachen anders gesehen habt, freuen wir uns über Rückmeldungen, damit unsere Noten immer besser werden. Falls ihr immer Bock habt, als Experte für uns zu arbeiten, gerne kurze Nachricht an mich. Dann freuen wir uns über jede Unterstützung. Fangen direkt an mit Nübel im Tor. Genau einen Ball kam er ja für uns aufs Tor. Ansonsten mit guten Pässen, mit einer guten Spieleröffnung, aber der sich nicht viel auszeichnen könnte. Reicht es nur für die Note 3,0. Anton in der Innenverteidigung, ja, wie Horst mal komplett abgemeldet. Immer wieder aufmerksam, immer wieder anspielbereit. Kurz vor Schluss musste er mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Aber das war eine bockstarke Leistung. Mal wieder von Waldemar Anton. Für uns die Note 2,0. Auf der rechten Verteidigerseite, Wagnumann, leitet das 2,0 eigentlich gut mit ein. Gute Täuschung mit dabei gehabt. Anschließend auch schön weitergeleitet. Defensiv ohne Fehl und Tadel. Offensiv, ja, ein bisschen zu passiv. Vielleicht nicht genug rausgeholt. Trotzdem noch Note 3,0. Wagnumann für uns. Auf der Linksverteidigerposition, Mittelstädt. Riesenklärung, muss man ganz klar sagen. Kurz vor Schluss. Aus eigentlich aussichtsloser Lage. Macht er bockstark. Auch ansonsten immer wieder mit ganz feinem Füßchen bei den Hereingaben. Wieder ein super, super Spiel von Maxi Mittelstädt. Note 2,0 für uns. Und dann schauen wir nochmal in die Innenverteidigung zu Ito rüber. Wiederholt ohne Fehler. Mit tollen Aktionen gegen Bayer, gegen Bebou. Dazu bereitet er tatsächlich auch noch das 0,3 vor. Also von dem her, Ito, super Spiel gemacht. Note 2,0. So, ein defensives Mittelfeld. Der Stuttgarter Karasor wirklich sehr, sehr präsent gewesen im Zentrum. Nie Zweifel an seinem Zweikampfverhalten aufkommen lassen. Ist da schon ein richtiges Tier, muss man sagen. Passt sich ja im Abschluss dann eher so ein bisschen unglücklich heute. Aber gut, was will man auch von einem Karasor mehr erwarten? Für uns die gute Note 2,5 für Karasor. Sein Nebenmann Stiller zurück wieder an der alten Wirkungsstätte. Riesige, super tolle, lange Pässe in Serie tatsächlich. Gegen die Ersatzgeschwächte Hoffenheimer Innenverteidigung. Auch sonst wirklich gewohnt passlicher, ohne technische Fehler. Für uns ein Ticken besser als Karasor. Note 2,0. Auf der linken offensiven Seite haben wir Chris Führig. 1-0 mit einem Tänzchen eingeleitet. Er hat auf jeden Fall auch das 3,0 per Ecke eingeleitet zumindest. Ja, ein bisschen anders die Position, die er heute so inne hatte. Daher nicht so häufig in Abschlusspositionen gekommen. Aber trotzdem ein gutes Spiel von Chris Führig. Note 2,5. Kommen wir ja zu Enzo Mio. Ja, tolles, tolles Tor gemacht. Etliche Spielzüge mit eingeleitet. Immer wieder kreative Momente gehabt, gerade am Anfang des Spiels. Ja, also er hat halt eins absolut den Stempel aufgedrückt. Dem Spiel für uns die Note 1,5. Ja, und ich verrate schon mal so viel für uns auch Spieler des Spiels. Es wäre noch Undorf infrage gekommen. Auch Girassi wäre infrage gekommen. Aber Mio für uns einen Ticken mehr herausgestochen. Deswegen eher mit der 1,5 und dem Spieler des Spiels. Genau, kommen wir jetzt zu Girassi. Ja, wieder hat er sein Tor gemacht. Ein richtig starkes Tor, muss man sagen. Ich finde überragend, wie er den Ball im Tempo noch ein bisschen weiterlaufen lässt, um dann die andere Ecke anzuvisieren. Also nicht ins lange Eck geht, sondern über die Schulter von Baumann ins kurze Eck im Grunde genommen trifft. Ja, immer wieder an tollen Angriffen beteiligt. Pech, dass seine Ablage dann auf Lebeling nicht mit einem Assist belohnt wurde. Ja, ein-, zweimal Meister halt in Baumann gefunden, der gute Abschlüsse parieren konnte. Girassi, auf jeden Fall super Form, 2,0 für uns. Und Undorf, ja, erster Start-Auf-Einsatz seit drei Wochen direkt mit zwei Assists. Die Vorschläge lagen. Täusch nicht darüber hinweg, dass er natürlich noch so ein bisschen Luft nach oben ist. Ab und zu mal so ein-, zwei unsäubere erste Kontakte. Aber ganz ehrlich, bei zwei Assists ist es ein sehr, sehr gutes Spiel von Undorf gewesen. Für uns die Note 2,0. Und dann eingewechselt in der 65. Minute eben Lebeling für Undorf. Und auch er, toller Abschluss zum 3,0, der dann letztendlich auch das Spiel entschied, beziehungsweise eine Decke drauf gemacht hat. Ja, im Grunde genommen, so sollte man agieren, wenn man irgendwie reinkommt, wenn man sich bewerben will für mehr Spielzeit. Gutes Spiel auch von Lebeling, auch wenn natürlich die Zeit jetzt nicht überragend war. Trotzdem die Note 2,5 für uns, für Lebeling. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel gesehen habt, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle die Nuancen nicht so richtig findet oder Rückmeldung habt, gerne kurz schreiben. Ansonsten wünsche ich euch ein richtig schönes Wochenende. Ciao, ciao.